Jo Leute was geht, herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video und zwar haben vielleicht einige schon mitbekommen, dass ich und einige andere aus der Glanzszene ein eigenes Serverprojekt verfolgen und da ist jetzt das Forum online, dort könnt ihr euch ab jetzt, beziehungsweise, ja, dort könnt ihr euch ab jetzt als Developer oder Bilder bewerben, der Link ist auch nochmal in der Beschreibung, hier habt ihr ihn auch gerade schon gesehen, scbw.de und zwar könnt ihr euch hier als Developer bewerben und hier als Bilder, je nachdem was von beiden ihr könnt, bitte bewerbt euch nur wenn ihr denkt, ihr habt wirklich eine Chance angenommen zu werden und hängt auf jeden Fall einige Referenzen an, wenn ihr euch bewerbt, damit wir einschätzen können, was ihr so drauf habt und wenn es irgendwelche Probleme mit dem Phone geben sollte, weil das gerade erst neu eingestellt ist, dann könnt ihr die einfach hier im Bugmeldenbereich reporten, wäre auf jeden Fall nett und ja, das war's auch schon, ich will euch nicht weiter stören, haut rein